Von Köflach kommend, gleich nach der Ortzeinfahrt Marie Rankowitz, befindet sich linkerhand schon seit 1958 die Fleischerei Kranzlbinder. Nicht allein die hohe Qualität der Produkte, sondern auch die freundliche Bedienung zeichnet diesen Betrieb aus. Auf speziellem Wunsch der Kunden werden verschiedene Größen der Bratbürste in der hauseigenen Produktion hergestellt. Die genaue Zusammensetzung der Gewürze bleibt selbstverständlich ein Geheimnis. Jedoch werden garantiert keine Geschmacksverstärker verwendet. Nachdem die Masse im Kutter richtig vorbereitet wurde, beginnt das eigentliche Wursten. Auch der Senior-Chef bringt nach wie vor seine Erfahrung ein. Nach dem Abbrillen werden die Würste im Kessel gebrüht und kommen nach dem Abkühlen zum Verkauf in die Vitrine. Auch das reichhaltige Zusatzsortiment im Geschäft, wie zum Beispiel Kaffee, Reis, Schokolade und so weiter, stammt aus fairen Handel. Gewürze, Tees vom Sonnentor. Kernöl, Weine und im Sommer frisches Gemüse stammt aus dem Vulkanland rund um Straaten. Vergewissen Sie sich selbst von der Rundqualität der Genutzfleischerei Kranzlbinder in Maria Lankowicz.